ich auch angst 7 minuten 28 ist die ist der mit dem auto ja mit meinem 7 minuten 38 meiner war gestern ja 1 35 hatte ich noch mal nachgeguckt und ich habe eine 1 48 gefahren also beste voraussetzung würde ich sagen so ich sehe da hinten einen roten mustang mit weißen streifen bist du das vielleicht ich bin auf sechs ich bin bis 6 ich bin weiter hinten so wie es aussieht noch nicht mal bereit ich auch ich würde sagen ich wurde ausgedreht dreht ich habe dich schon mal ganz anders bist du letzter? ja ganz weit hin ich gebe gerade ein bmb durch die gegend wohohohoho ich muss glaube ich mal mit meinem renningenieur sprechen wohohoho wohohoho ok vorher gab es eine ganz schlechte idee du hast jetzt einen hecktriebler ja ich merks wenn was in den kurven nicht gas geben oder? mhm vorher bremsen mit wenig gas durch die kurven wenn überhaupt und äh erst drauf treten wenn eine karre äh gerade ist gerade ist und äh vorsichtig drauf treten auch wenn sie gerade ist ja ich komme heute nicht mehr an glaube ich trägst du dich nur? oder was? ich komme nicht um die kurven ja ja wenn das Magnum wüsste wohohoho au au der schiebt mich ich muss hier die regeln aushaben ah hier ist der berg warum hab ich denn eigentlich die die gegenlenke voll raus gemacht? ah weil du da noch nicht wusstest dass du ein hecktriebler fährst ja ich hab den langzieher nehmen müssen das ist ein eilhard gewesen oder? äh der subaru oder was das da war ein lancia oder? ein lancia gab es auch ich weiß nicht die a klasse hatte äh allrad und der lancer ah du meinst du der lancer war das lancer ja tschuldigung da hinten sind ein paar autos ha 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 Tankstelle ist abgesperrt. Du bist nicht weit hinter mir. Ich habe euch gerade gesehen. Weil wir um die Bucht herumgefahren sind. Ich konnte euch auf der anderen Seite sehen. Dann fahren die aber glaube ich in der anderen Richtung als ich die kenne. Also wir fahren Abschnitt 3 zuerst quasi. Oh da vorne werden mir Namen angezeigt. Oh ich bin näher gekommen. Ich bin beim Tunnel. Ich bin gerade durch. Ich seh da vorne den vorletzten. Zwei Kurven, zwei, drei Kurven vor mir. Jetzt bin ich in dem Tunnel. Also mit den Streben. Ich muss aufhören vom Gas zu gehen, wenn ich einbremse. Oh, ho, 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 ho. Was so? Uh, breite Straße. Ja, Magnum ist wieder da. Ich brauche das Magnum 7. Ich brauche mir PS. Der zieht mich hier auf den Grasen ab. Ja, 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 ja. Oh, fünf Gänge. Das bin ich gar nicht gewohnt von gestern. Ich bin vorletzter. Los, Michael Peters. Was ist das? Oh, ho, 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 ho. Oh, wenn wir vorne alle bremsen. Pass am Ende. Nach der Brücke kommt noch ein zweiter langer Gerade. Pass am Ende auf. Ich bin jetzt hier im Pulk unterwegs. Oh, ich sehe, was du meinst. Es hat irgendwie funktioniert. Ich weiß nicht warum. Ups, hochschalten. Welche Position bist du? Ich glaube, ich bin erst da. Ich sehe vor mir nämlich keinen. Okay. Aber der ANG, der Mercedes ist direkt hinter mir. Und der schiebt mich die meiste Zeit. Weil der hat mehr PS und der hat Aira, glaube ich. Ja. Oh, ho, 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 ho. Kurve. Ich bin einmal schön an der Bande entlang. Ups. Wieder vergessen hochzuschalten. Achtung, man fliegt irgendwann. Oh, ja. Wenn es so ist, muss ich mir Gas geben. Nach dem einen Tunnel. Artem. Ja, da bin ich gerade drin. Oh, ja. Der sieht gut aus. Da kommt auch eine Beahnung. Wuhu. Das ist mehr Dukes of Hazards Theme als Magnum Theme jetzt. Was ich hier brauche. Aber ich glaube, einen Challenger gibt es nicht. Ich bin ja nur ab. Johannes Riese. Ich habe den Namen wieder ausgemacht. Das ist lustiger. Ja, aber wenn der ganzen KI ist, das ist... Ich wollte wissen, wer du bist. Wird es auch reichen, wenn ich den bei dir sehen würde. Ja, das geht leider nicht. Hab ich schon nachgefunden. Ja. Ja. Man kann nur Multiplayer anmachen, dass man die im Singleplayer nicht sieht. Was ich auch eingestellt habe. Ah, hier ist zum Beispiel... Hier ist eine Mittelleitplanke. Das ist ja nervig. Äh. Ohohohohohohohohohohohohoho. Mh повтор Eier. Ohohoho. oh ja mit ein kleinen Planke. Bah linke sate ab der mitte und dann auf die rechte seite. UIIus bist du in den kurven. ach so ich bin ich bin gerade ich bin gerade ich bin gerade weil du das gesagt hast am anfang noch schnell auf die linke seite rüber rechts links rechts du musst du fahren ups race complete und durch ich verliere die kontrolle wo ich habe gerade noch zwei plätze verloren den ersten kann ich abdrängen ich habe nur zwei plätze verloren weil ich am ende voll abgeflogen bin irgendwie sind wir nicht die ganze strecke gefahren den abschnitt den ich kenne jedenfalls waren wir nicht ich weiß nicht wo das hier voll war aber okay ist selten dass ich gewinne return to lobby ich wurde direkt am anfang wurde ich mit der start war scheiße zu spät geschaltet und dann wurde ich ganz wichtig ich darf am ende nichts tun das musst alles du machen wer ist da warum ist da noch bei uns ja noch nein okay er hat 28 punkte mehr vielleicht sollten wir den auswerfen stage 1 jetzt sollten wir das vorher auch sagen ich mach mal stage 1 was müssen wir vorher sagen dass wir den typ rauswerfen oder alles immer mitfahren eine runde okay ich bleibe bei meinem ich habe nichts gelernt danach mache ich dann noch mal neu auf dann gucke ich noch mal dass ich die spielerzahl begrenzt beziehungsweise ein passwort einstelle automatik oder lenzer such dir was aus jetzt warst du ein bisschen schnell wo du wo du start wir haben dich wohl mit zwei mann überstimmt finde ich jetzt doof jetzt habe ich denselben wieder ein bisschen gewohnt hast dich schon ans auto gewöhnt und jetzt fahren wir andersrum oder was das gerade schon ich habe jetzt stage 1 genommen das ist die die ich kenne aber das ist jetzt wohl noch mal die die wir gerade hatten also fahre ich sonst wohl nicht stage 1 ich bin erster platz wir fahren auch wir fahren den falschen highway ich bin neunter ich habe den start nicht voll verkackt wo und ich bin wieder raus gedreht worden ach ja aber diesmal habe ich meinen wagen besser unter kontrolle und schneller gedreht gewendet gekriegt ach jetzt muss ich wieder durch die ganzen kurven die ich wohin schon nicht geschafft habe aber jetzt hast du Übung ja das ist auch nicht für rennen ausgelegt das ist hier für eine schöne kaffeefahrt am sonntag mache ich ja quasi ich habe ja kein schnelles auto ich habe auf jeden fall für mich schon mal herausgefunden dass ich einfach nicht in den ersten gang runterschalte egal wie niederturig ich im zweiten bin jetzt hätte ich spielernamen gebaut damit ich weiß wer der typ ist aber ich glaube der fährt einen weißen lancer ich sehe ihn nicht mehr 6 da ist er glaube ich gerade hinter mir ist wieder ja ist ein weißer ist ein weißer lancer der bmw ist wieder der mercedes ist wieder hinter mir wohohohoho da stand ich ein bisschen sehr auf dem gas da pass ich noch durch oh nein scheiße einmal die kontrolle verliere rettet mich nur die bande die kurve habe ich nicht gekriegt außerdem bin ich im falschen gang und mit einem reifen im gras gas gegeben das war es vorletzter das ist nicht letzter ja nur weil ich den anderen hier blockiert habe wieder letztes mal hast du auch noch aufgeholt ja aber da sind wir die komplette strecke gefahren jetzt fahren wir nur einen abschnitt wuhu ich habe abgehoben vielleicht ich glaube ich glaube was warum ich gerade nicht so abkacke ist einfach weil ich jetzt ein hackantriebler habe und deswegen weiß dass ich vorsichtig fahren muss hinter mir ist ein weißer lancer doch neiiiin ohhohoh wieder mit zwei Reifen in Gras gas gegeben er ist vorbei Ups Weiß-Schwarz, oder? Ich sehe ihn nicht mehr bei der KI, also denke ich mal Der ist halt, der hat gewartet Meine Güte Er kennt die Strecke auch Oder die Linie an Ach Ach Ach, das ist die Jetzt einfach mal die kurze Strecke Fertig Hast du es in Tücher? Nein Also ja, aber nein Nicht mehr so, dass es gezählt hat Hat mich ganz knapp überholt Und eine andere Strecke noch? Du meintest vorhin Ja, ich such sie mal raus Lass mal was Rundes fahren Wirklich Nordschleife oder so Ah, California Highway Oh, jetzt aber Ich will nochmal eben gucken Ich will nochmal eben gucken Azur Coast Ah, das ist die, die ich meinte Ich mach die kurze mit dem Typen wieder Ja Ja Werden wir halt abgezogen Nimm dir ja diesmal was Wollen wir uns beide einen Grün Metallic Mercedes AMG nehmen? Ich bleib jetzt bei Obwohl Na gut Mercedes sagst du Ja Full Stage Wollen wir die volle? Ja Ja Kann man machen Ah, Mercedes Den A45 45 Die A-Klasse? Äh, ich hab den A45 Auto 4-Matic in Grün Metallic Ah, Library Select L-Byte Grün Metallic Oh, Grün Metallic, ja da unten Ja Okay, ich auch Oh, das ist ja Dann los Äh, hast du ne, hast du ne Tast- Ja, okay Ne was? Tastatur Ich, äh Komm da nicht so gut dran Aber du kannst, äh, die Die Brille gut hochschieben Und mit der Maus tatsächlich die Auswahl machen Von den meisten Nur das Einladen geht Ich wollte ja schreiben, dass wir beide in VR sind Und überhaupt keine Ahnung haben, was wir hier tun Mhm Soll ich mal beim Ingenieur sagen, ich bin zu langsam? Ich bin fünfter Platz So So Okay, gut Okidoki Okidoki Ah, trotzdem geschrieben? Uh, die Frau rechts ist leicht bekleidet Ich glaub ich hab nen Fehlstart hingelegt Allrad ist so viel besser Der Wagen ist viel zu leise Ich hab... Ich vergesse voll zu schalten Bei dem anderen hat man sofort den Motor gehört Und die Straße ist sehr eng Mhm Aber hier ist der erste Abstand, der den ich kenne Und scharfe Kurve Ja, da vorne kommt ne ganz Schaf Da kommt noch ne Schafe Die nächste ist noch schärfer Und gleich kommt ein Kreisel Wo gerade drüber muss Gerade drüber? Gut, dass du das sagst Na ja, gerade drüber ist übertrieben Also ich bin gerade drüber Ja gut, kleine Ein Straßenschild weniger Ich nehm ja alles mit Ah! Ah! Es pöppelt auf meinem Dach Ohohohohoho Ah ja, hier gibt's jetzt Vollgas Am Ende ist immer der Sonne Wo man ne Ausfahrt Das sieht ja nach dem Sprung aus Ja, danach Danach kommt ne Ausfahrt Nach der geraden Nach dem Sprung kommt noch ne lange Geht die gerade noch weiter Und dann kommt ne Ausfahrt Wohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Ich ja Er hat auch gewechselt Oh ja die Kurve wurde enger, da war was Nein Er ist auch ausgeflogen Ich habe die KI gerade abgedrängt Ganz böse Hier kommen jetzt ein paar fiese Enge Kurven Oh das ist so viel besser mit dem Wagen durch die Kurven zu fahren Das ist unfassbar Ah Ich sitze nicht mehr Warum sitze ich in der Mitte? Leertaste? Ich bin wieder Ich saß nicht hinter mir auf dem Rücksitz Hier ist das Ziel normalerweise vom ersten Abschnitt Das heißt jetzt kennst du die auch nicht mehr aus? Genau Bin ich schon mal gefahren aber sehr selten Ah der will Zeiten, der wartet auf mich Hui Hi Ah der Tunnel an den erinnere ich mich Hi Er wartet wieder auf uns Ja Okay Ich nicht Ich hab ihn bremsen Ich hab ihn bremsen sehen und Äh Hast du ihn erwischt? Ja Aber er holt mich ein deswegen bleib ich einfach mal auf dem Gas Nein noch der Kupp Engel Guck 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 Der Klippte im Heck Wir haben den kleinen Vorteil, dass wir besser in die Rückspiegel gucken können als er. Das habe ich gerade deutlich gemerkt, dass ich sehr gut verhindern kann, dass er angreift. Wuhu! Ist er auf? Ooooooh! Wow! Wuhu! Er hat mich gerammt und deswegen ist er jetzt hinten. Seid euch in die Seite und er ist ziemlich weggeflogen. Oh, er kommt. Schafelkurve? Aaaaaah! Haha! Oh! Das war ein bisschen warte, ich habe ihn gedreht. Den wieder. Er kommt, er kommt, er kommt! Er kommt schnell! Er kommt schnell! Die Rechtskurve. Gib Gas! Gib Gas! Gib Gas! Woho! Ich habe ihn da eingequetscht! Oh, er schiebt dich! Achtung! Ich guck gar nicht mehr nach vorne! Ohohoho! Ich bin raus! Ah! Deut! Verfehler! 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 Ja? Was ist? Warum benutzt du meinen zweiten Vornamen? Nein! Ja! Dräng ihn da ab! Ich... Oh! Ja! Ja! Ich dräng dich ab! Wow! Haha! Oh fuck! Hui! Das war über mir! Nein! Die KI hat mich wieder überholt! Ich bin wieder Vierter! Ich habe noch... Ich habe noch Rolle über euch gemacht! Das habe ich gemerkt! Jetzt muss ich mich wieder ran kämpfen! Also erstmal an den... An die KI! Und passt ein bisschen auf bei eurem Kampf! Ja! Dass nicht vielleicht die... Thiago Fortuna der lachende dritte ist! Ah! Ah! Ich habe mich wieder weggeschoben! Ich glaube hier ist bald Ende! Oh! 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 Ja! Hier ist Ende! Oh! Oh! Ich bin Vierter! Oh! Ich fahre noch voll! In den Reihen! Wie? Flöng! Ah! Er fährt die Coupé-Version von unserem! Das ist der gleiche! Nur im Blau! Au! Richtig! Bob! Ja! Das hast du vorhin geschrieben! Ich habe das im Chat gar nicht alles gelesen! Die Landschaft da vorne sieht sehr kacke aus! Hier ist doch Ende! Das ist ab da wo man das eigentlich nicht mehr sieht! Race complete! Race complete! Oh! Da kommen noch mehr! Ah! Da hinten kommen noch mehr angerollt! Festhalten! Oh! Da kommt ein letzter! Bub! Hui! Aha! Eine... Eine achtzigstel Sekunde! Achthundertstel! Ne! Achtel! Achtel! Siebenachtel! So! Oh! Haha! Du bist raus! Ich bin raus! Captain P-Star left the session! Okay, ja! Mein Spiel hat sich beendet! Oh! Ja! Ich bin raus! Ich bin raus!